Hallo, hier ist der Ralf von Joddoland. Herzlich willkommen hier im Schwarzwald. Im Schwarzwald oberhalb von Wolfach. Wolfach ist die Heimat von der Silvia. Also hier leben quasi die Großeltern meiner Kinder. Und ja, hier verbringen wir jetzt einfach ein paar Tage über die Phasen, die ich dann auch nutze, um etwas neues Equipment für unseren YouTube-Kanal dann auch zu testen. Vor mir steht, und das seht ihr nicht, eine Ricoteta, also eine 360-Grad-Kamera. Das solltet ihr an der Aufnahme jetzt daran erkennen, dass bei YouTube oben in der Ecke ein kleines, rundes Feld mit vier Pfeilen drauf ist. Damit könnt ihr quasi den Blickpunkt dieser 360-Grad-Kamera dann auch drehen. Wenn jetzt hier die Kirche so schön bimmelt, dann probieren wir das gleich auch mal aus. Und ihr könnt am Rechner quasi mit der Maus das Bild verschieben oder euch einfach mit dem Handy könnt ihr euch drehen. Folgt mir einfach mal. Und zwar könnt ihr hier jetzt dann den Blick runter zu es auf Wolfach werfen. Ja, es schneit fast schon, ist es rege. Aber ja, vielleicht wird es dann noch richtiger Schnee. Und ja, genießt die Aussicht. Es ist etwas trüb, aber für den Test her ist es völlig ausreichend. Und warum ich mit dieser Kamera am Testen bin, das möchte ich euch jetzt einfach kurz ein bisschen auf dem Weg zeigen, um auch zu sehen, wie sich diese Kamera verhält, wenn ich mit mir bewege. Und wie man sich da dann auch noch orientieren kann. Ja, warum diese Spielerei mit der 360-Grad-Kamera? Meine Überlegung war es, hinzugehen. Und der eine Punkt ist, dass wenn ich mit euch zusammen Videos in der Jurte mache, dass einfach immer nur ein kleiner Ausschnitt aus der Jurte dann auch zu sehen ist. Und ich als Regisseur quasi festlege, wohin ihr in der Jurte zu gucken habt. Zum Beispiel, wenn wir kochen, guckt ihr auf mich oder guckt ihr auf den Topf oder wie auch immer. Und da wird jetzt einfach der Versuch sein, mit der 360-Grad-Kamera euch die Freiheit zu geben, euch in der Jurte auch umzugucken. Das mag vielleicht am Anfang etwas verwirrend sein. So bei der ersten 360-Grad-Videos, die ich angeguckt habe, da war dann auch immer die Frage, wo guckst du jetzt hin? Wo passiert eigentlich was? Aber das, wie gesagt, möchte ich einfach gern mit euch zusammen auch ausprobieren, wie sowas funktionieren kann. Ja, ihren ersten großen Einsatz wird diese Kamera wohl an unserem nächsten Live-Event haben. Wir haben zusammen mit dem Matzis und dem Lukas einen schönen Lagerfeuerabend geplant. Und zwar wird der sein am 17. März, das ist ein Samstag, um 19 Uhr. Und zwar haben wir da uns vorgenommen, einfach für eine Stunde, anderthalb, vielleicht auch zwei, mit euch zusammen am Lagerfeuer zu sitzen, Musik zu machen, gemeinsam zu kochen und auch die ein oder andere Frage zu beantworten. Vielleicht gibt es sogar ein kleines Gewinnspiel für die, die dabei sind, die mitmachen. Reserviert euch also schon mal den Termin am 17. März. Nehmt euch die Zeit, dann könnt ihr euch über YouTube und wahrscheinlich auch über Facebook bei uns ans Lagerfeuer Geselle. So wie die bisherige Planungen aussehen, wird es auf YouTube einen quasi moderierten Livestream geben mit einer Kameraführung, die euch einfach immer so die entsprechenden Elemente da noch zeigt. Und wenn es mit dieser Technik, mit dieser Theta hier funktioniert, parallel dazu noch einen 360-Grad-Stream auf Facebook, so dass ihr euch quasi virtuell mit dazusetzen könnt ans Lagerfeuer, euch umschauen könnt, was denn so passiert. Weil gerade wenn doch einige Leute an der Jörg sind, lässt sich das nie mit einer Kamera einfangen. Von daher eben dieses Spiel hier, dieses Experiment, ja, nutzt die ganze Stunde. Schaut euch hier nochmal ein bisschen im Wolke verhangene, verschneite Schwarzwald um. Ich freue mich, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, wenn euch so ein Rundum-Video gefallen könnte. Und ich freue mich auch über Anregungen und Kritik. Und in den Kommentaren schreibt uns, was ihr davon hält, wenn wir in die Richtung einfach nachdenken, ob das spannend für euch sein kann, was ihr für eine Idee hättet, wie man diese Kamera einsetzen kann. Lasst es uns einfach da, dann kann man das weiter ausbauen. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Ralf von Jotterland.